Mit Mitte Mai wird Österreich aller Voraussicht nach wieder aufsperren. Das wurde am Freitag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Ein weiteres Thema waren die Impfungen. Vielleicht hier ein paar Zahlen und Fakten. In Österreich wurden aktuell 2,2 Millionen Menschen geimpft. 660.000 davon sind bereits voll immunisiert und das ergibt 7,4 Prozent der Bevölkerung. Das Impfen ist Ländersache und wurde auch mit den Landeshauptleuten besprochen. Hier geht es darum, inwiefern man die Impfung an Herr und Frau Österreicherin bringen kann. Zu den Öffnungen. Mit ungefähr 15. Mai will man erneut aufsperren. Wir haben heute erfahren, dass auch alle Bereiche, nämlich die Gastronomie, der Tourismus, der Kulturbereich und auch der Sport gemeinsam aufsperren werden. Wir wissen jedoch noch nicht, in welcher Form. Der Bundeskanzler hat gemeint, man setze hier weiterhin auf Masken und natürlich auch auf das Testen.